Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um eigentlich keine direkte Schicht, sondern wir befinden uns auf Schicht 2 und Schicht 4 gleichermaßen, aber nicht auf einmal. Jetzt was meine ich damit? Diese Technik, die wir heute lernen werden, die wird euch auf Schicht 2 begegnen und auf Schicht 4. Warum auf Schicht 2 und Schicht 4? Stellt euch das Ganze mal so vor. Schicht 2, das ist euer Computer, das ist der Router, das ist alles. Ihr habt einfach nur diese Verbindung zwischen Computer und Router. Darauf läuft Schicht 1 und das einzige was ihr machen wollt ist, sicherstellen, dass die Daten von eurem Rechner auf euren Router kommen. Mehr nicht. Bei Schicht 4 haben wir noch viel, viel mehr dazwischen. Bei Schicht 4 wäre das ein Endgerät, also das rechte wäre ein Endgerät und das linke wäre auch ein Endgerät. Und dazwischen haben wir sowas wie ein Router, einen Nut, dann noch irgendwie irgendwelche Proxys oder VPN und dann noch irgendwelche Router auf der gegenüberliegenden Seite oder irgendwelche weiteren Nuts oder sonst irgendwas. Und die sind alle miteinander verbunden und es gibt mehrere Wege. Das heißt, ich habe nicht nur diesen einen Weg hier, sondern ich kann auch noch hier lang gehen und dann irgendwelche anderen Wege gehen und ich möchte auf Schicht 4 diese Riesenverbindung hier zwischendrin absichern. Auf Schicht 2 ist es viel einfacher. Auf Schicht 2 möchte ich tatsächlich einfach nur diese eine Verbindung hier absichern. Sprich, ich möchte sicherstellen, dass es von einem Gerät zum nächsten Gerät kommt. Das nennt man auch manchmal Hop by Hop und das andere nennt man Ende zu Ende. Das heißt, auf Schicht 2 sind wir Hop by Hop und auf Schicht 4 sind wir Ende zu Ende. Ja, beides Mal möchte ich sicherstellen, dass meine Daten ankommen. Jetzt, warum mache ich das auf Schicht 2 und nicht nur auf Schicht 4? Ich möchte eigentlich hauptsächlich sicherstellen, dass meine Daten am Ende mal ankommen. Naja, wenn ich, sagen wir mal, direkt am Anfang bei Schicht 2, also sagen wir mal, das ist euer Router hier. Nehmen wir einfach mal an, ihr verliert schon das erste Paket, also ganz kurz noch, eure Daten werden in Pakete aufgeteilt. Das habe ich, glaube ich, so noch gar nicht erwähnt. Die Daten werden in Pakete aufgeteilt, die werden nicht am Stück versendet, sondern immer in Häppchen. Zum Beispiel 1000 Byte oder 2000 Byte und dann nochmal 2000 Byte und nochmal. Das heißt, ihr habt mehrere Pakete. Und so kommt es dann zu Paketverlusten, wenn ein Paket verloren geht zum Beispiel. Okay, jetzt warum mache ich es auf Schicht 2 und nicht nur auf Schicht 4? Sagen wir mal, ein Paket geht verloren von meinem PC auf meinen Router. Und ich überprüfe das ganze Ding oder es geht halt kaputt und ich kann es nicht wiederherstellen. Und ich überprüfe es aber erst auf meinem Endgerät, auf meinem nächsten. Dann muss das Endgerät sagen, hey du, ich habe das Paket nicht erhalten. Und schickt eine Dateneinheit, also ein Paket, auch wieder komplett von Endgerät komplett zurück an mich. Also an mein Endgerät. Sprich, wenn ich was übertragen möchte an YouTube, sagt mir YouTube, hey ich habe Paket XY nicht erhalten. Und dann muss ich das komplette Paket nochmal schicken. Wenn ich jetzt das aber nur zu meinem Router schicke und mein Router sagt schon, hey ich habe das Paket nicht erhalten, schicke es mir nochmal. Und ich sage, okay, kein Problem, dann ist der Weg hier zwischendrin einfach viel, viel kürzer. Und deswegen braucht es auch viel weniger Zeit. Das heißt, es ist einfach schneller, wenn ich das auf Schicht 2 auch noch mache. Das heißt, ich habe auf Schicht 2 diesen Reparaturmechanismus und auf Schicht 4, falls irgendwas komplett kaputt gegangen ist. Aber ja, Schicht 2 ist sozusagen schon fast der Wichtigeren hier eigentlich nicht. Eigentlich sind beide sehr, sehr wichtig. Okay, die Technik, die wir kennenlernen, zum Beispiel wenn jetzt, also wir haben ja vorletztes Mal kennengelernt, was Störungen sind oder irgendwann früher mal. Haben wir kennengelernt, was Störungen sind und dadurch kann einfach mal ein Paket verloren gehen oder komplett kaputt gemacht werden oder sowas in die Richtung. Und was man jetzt dafür macht, ist folgendes. Diese drei Dinge hier. Man möchte eine Sende-Wiederholung. Naja, eine Sende-Wiederholung von welchem Paket denn genau. Dazu muss ich erstmal feststellen, welches Paket ist denn kaputt gegangen. Und dazu brauche ich Sequenznummern. Das heißt, ich habe hier wieder mal mein Weg-Zeit-Diagramm ganz grob hingelegt. Und was ich jetzt mache, ist, ich sage hier, hey, ich schicke dir gerade Paket 1 und der sagt dann, okay, ich habe Paket 1 erhalten. Das nennt sich Quittung. Und Quittung 1. So, ach ja, richtig, es dreht sich ja um. Egal, auf jeden Fall, ich schicke ein Paket mit einer Sequenznummer. So heißt das Ding hier. Und bekomme dann eine Quittung von meinem Empfänger hier drüben. Und das heißt, ich weiß, Paket 1 ist angekommen. Das heißt, ich kann Paket 2 losschicken. Und ihr seht, das braucht eine Weile, bis das Ganze hin und her kommt. Deswegen hat man sich gedacht, okay, machen wir mal ein bisschen intelligentere Varianten. Ich schicke einfach gleichzeitig. Das heißt, ich schicke direkt, nachdem ich Paket 1 rausgehauen habe, schicke ich Paket 2 los. Und wenn Paket 1 eingetroffen ist, dann kriege ich die Quittung für das erste Paket. Und wenn Paket 2 eingetroffen ist, kriege ich die Quittung für mein zweites Paket. So läuft das eigentlich. Und jetzt sehen wir hier aber, dass wir das eigentlich die ganze Zeit machen könnten. Und da hat man sich jetzt auch Gedanken drüber gemacht, wie mache ich das, damit es da nicht so etwas wie einen Stau gibt. Das heißt, dass einfach zu viele Pakete aufkommen und am Ende habe ich einen Stau. Aber das werden wir dann erst in Schicht 4 erfahren, wie das funktioniert. Das gehört eigentlich so gar nicht zur Schicht 2 dazu. Wie gesagt, Schicht 2 ist einfach nur von A nach B. Allerdings muss man sich in Schicht 2 auch mit Kollisionen und so weiter begnügen. Und das werden wir auch noch machen, keine Sorge. Jetzt möchte ich euch erstmal noch kurz die verschiedenen Quittungsarten vorstellen. Es gibt positive und negative Quittungen. Und es gibt auch die Möglichkeit, kumulative Quittungen oder nicht kumulative Quittungen zu schicken. So, die Unterschiede. Was ist eine positive und eine negative Quittung? Hier haben wir positive Quittungen gemacht. Das heißt, wir sagen, Paket 1 ist angekommen, Paket 2 ist angekommen, Paket 3 ist angekommen und so weiter. Wir schicken jedes Mal eine Quittung zurück. Wenn wir jetzt aber negative Quittungen haben und sagen wir mal, dass Paket 2 geht mir verloren, dann sagen wir hier, dass meine Quittung, also Paket 2 ist irgendwo ins Nirwana gegangen, dann sagen wir, dass meine Quittung für alle Pakete bis 2 angekommen ist. Das ist dann auch gleichzeitig eine kumulative Quittung. Das heißt, ich sage, bis Paket Nummer 2 ist alles da, aber Paket 2 fehlt. Das heißt dann hier sozusagen Quittung bis 2. Das heißt, das nächste Paket, was mein Empfänger erwartet, ist Paket 2. So, was passiert jetzt aber, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, Paket 3 auch schon losgeschickt habe und es ist erfolgreich angekommen, dann kriege ich trotzdem keine Quittung, denn ich mache ja gerade negative Quittung, negative kumulative Quittung. Das heißt, was hier passiert ist, öh, Paket 3, aber wo ist denn Paket 2? Und ich sage, hey, mir fehlt noch Paket 2. Alles bis Paket 2 ist angekommen, aber Nummer 2 fehlt. Und ich stelle jetzt hier gerade mal die Liniendicke ein bisschen runter, damit man das auch besser lesen kann. So, alles bis Paket 2 ist angekommen, äh, bis Paket 1 ist angekommen, also Paket 2 fehlt quasi. Und was ich dann hier drüben empfange ist, ah, okay, ich muss Paket 2 nochmal schicken. Also nehme ich einfach mein Paket 2 und schicke das Ganze nochmal. Das heißt, ich habe jetzt hier eine sogenannte Sende-Wiederholung gemacht. Und mein nächstes Paket kann drüben ankommen. Wunderbar. Und was ich dann hier unten bekomme, von meinem Empfänger, ist nicht Quittung bis 2, sondern Quittung bis 3 eigentlich. Weil ich habe ja Paket Nummer 3 auch schon erhalten, hier oben. Was das Tolle ist, ist, ich kann jetzt auch, ähm, wenn zum Beispiel Pakete in falscher Reihenfolge sind, kann ich die auch wieder richtig sortieren. Das heißt, Paket 1 ist angekommen, Paket 3 ist angekommen. Für Paket 2 mussten wir nochmal extra eine Anfrage stellen, aber ist dann auch angekommen. Dann kann der Empfänger die Pakete wieder richtig sortieren. Aber, wenn wir jetzt mal diese Quittung hier rauslassen, allein die Sequenznummern reichen aus, damit ich sie sortieren kann. Das heißt, wenn ich das hier gemacht habe, kann ich auch zum Beispiel sowas hier wieder richtig sortieren. Also, dass mein Paket 3 ganz, ganz schnell war, Paket 2 aber eine halbe Ewigkeit gedauert hat und Paket 1 noch länger gedauert hat. Und dann kann der Empfänger trotzdem wieder rekonstruieren, was 1, was 2, was 3 ist. Sehr, sehr praktisch das Ganze. So, das ist eigentlich der Grundgedanke hinter Sendewiederholung, Quittung und Sequenznummern, dass man diese Fehler hier wiederherstellen kann. Das behebt allerdings nur komplette Paketfehler. Wenn ein einzelnes Bit geflippt ist, was auch passieren kann, in meiner Übertragung, also in meinem Datenstrom, dass ein einzelnes Bit irgendwie kaputt gegangen ist durch irgendeine kurze EM-Störung oder sowas, dann brauche ich einen anderen Mechanismus. Und der nennt sich Checksumme. Und Checksumme gibt es dann im nächsten Video, ein bisschen genauer sogar erklärt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.